Totale Überwachung vor den Olympischen Spielen. Die Berge rund um Sochi sind nun Hochsicherheitszone, zehntausende Soldaten und Polizisten sind im Einsatz. Die ganze Stadt wird mit Kameras kontrolliert. Die Angst vor einem Terroranschlag ist groß. Die meisten Anwohner in Sochi haben noch ganz andere Sorgen. Luba Furza und ihre Familie haben früher vom Obst- und Gemüseanbau gelebt. Das subtropische Klima hier ist ideal dafür. Doch dann kamen die Spiele und sie und ihre Familie mussten umziehen. Ihr Land, rund 700 Quadratmeter, musste dem Olympiapark weichen. Früher konnten wir fünfmal im Jahr ernten. Kartoffeln, Radieschen, Möhren, rote Beete. Manche haben sogar Erdnüsse angebaut. Und natürlich Gurken und Tomaten. Nichts ist in Sochi mehr wie früher. Überall wird gebaut, seit die Stadt zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus zur Olympiastädte gekürt wurde. Dabei gehört die Region zum Weltnaturerbe der UNESCO. Die Umweltaktivistin Olga Naskowierz beobachtet seit Jahren, wie einst geschützte Bäume einfach abgeholzt wurden. Zu Hunderten, immer wieder. In die Berge des Kaukasus wurde ein Steinbruch geschlagen. Alles für Olympia. Und überall seien illegale Müllhalten entstanden, in die hochgiftiger Bauschutt abgeladen werde. Auch hier im Steinbruch. Die größte Gefahr steht uns noch bevor. Das Felsgestein hier ist wie ein Schwamm. Und alles, was hier im Steinbruch landet, gelangt mit dem Grundwasser in den Gebirgsfluss Msimta, der da unten fließt. Und der die Stadt mit Trinkwasser versorgt. Früher war das absolut sauber. Inzwischen ist es leider stark verschmutzt. Im Steinbruch in den Bergen über Sochi herrscht reger Betrieb. Grenzschützer überwachen selbst hier die Zufahrt für die Lkw. Wie groß die Terrorgefahr ist, das haben die jüngsten Anschläge in Volgograd gezeigt. Ende letzten Jahres rissen dort zwei Selbstmordattentäter über 30 Menschen mit in den Tod. Die Gefahr sei nicht neu, sagt die Menschenrechtlerin Svetlana Ghanushkina. Immer wieder hat es in Russland solche Anschläge gegeben. Und immer wieder vermuten Behörden islamistische Rebellen aus dem Nordkaukasus dahinter und gehen hart gegen sie vor. Doch das schüre nur neue Gewalt. Die verschärften Kontrollen sieht die Menschenrechtlerin kritisch. Die Terroristen beeindruckt das alles nicht. Sie haben genug Geld, um jeden beliebigen Polizisten zu kaufen, wie wir wissen. Die sind doch von Kopf bis Fuß korrupt. Und außerdem können sie sich auch saubere Papiere besorgen. Auch dafür haben sie das nötige Geld. Die Bewohner von Sochi hatten anfangs noch gehofft, mit den Olympischen Spielen käme für sie ein besseres Leben. Neue Straßen, ein Gasanschluss und eine Wasserleitung für jedes Haus. Doch nun sind selbst ihre Brunnen ausgetrocknet. Tankwagen bringen einmal die Woche Wasser zum Waschen, Kochen und Trinken zu Ilja Samessin und seiner Familie in das 150-Seelen-Dorf in den Bergen. Die schwere Bautechnik hat das Karstgestein hier zusammengequetscht. Der Boden ist bei uns wie ein Schwamm, der Wasser speichert. Und da sind sie ständig mit ihrem schweren Gerät rübergefahren. Und das Wasser ist verschwunden. Am Gebirgsfluss Msimta ragen nun Hotels für Sportler und Fans empor. Für Seilbahnen, Skipisten und Läupen wurden Schneisen in unberührte Wälder geschlagen. Umweltschutzbedenken lassen die Olympia-Organisatoren nicht gelten. Das Fantastische ist doch, dass hier vor nur vier Jahren noch nichts war. Und jetzt gibt es diese wunderbaren Pisten und Anlagen in diesen herrlichen Bergen. Das ist mit vorherigen Winterspielen überhaupt nicht zu vergleichen. Zwischen den Pisten in den Bergen und den Stadien am Meer haben sie eine neue Zug- und Autotrasse gebaut, mitten in den Gebirgsfluss Msimta. Dort, wo er ins Meer mündet, beginnen bald die ersten Winterspiele in Russland. Streng bewacht von Kameras und Drohnen, Sonderpolizei und Streifenbooten. Eine Art Sperrgebiet da, wo früher hunderte Familien vom Gemüseanbau lebten, so wie Luba Fursa. Sie hatte sich lange geweigert, umzuziehen. Gemeinsam mit Nachbarn zog sie vor Gericht und trat in den Hungerstreik, um ihr Land und das Haus zu retten. Doch Gärten und Häuser mussten weichen. Das neue Grundstück wirft nun nicht mehr genug ab, um noch Gemüse zu verkaufen. Doch wenigstens liegt es wieder am Meer. Am Anfang wollten sie uns sogar in die Berge umsiedeln. Damit waren wir nicht einverstanden. Das ist doch unerhört, vom Meer einfach in die Berge umziehen zu müssen. Luba Fursa hat jetzt drei Zimmer an Bauarbeiter vermietet. Davon kann sie leben. Vorerst. Aber sie bezweifelt, dass auch nach den Spielen noch Gäste kommen werden. Viele wird wohl die Angst vor Terroranschlägen aus dem nahen Nordkaukasus abschrecken. Wuhh. Who verdeck! Eine größte Krise. Verkauf die Berge. Oder sie bekommen. Bewässern, das sind die Gefährd Non-S qualifying Atlassungsraum. Dieップ Flöten wird erstellen. Frau Hürden ist um ein Lauren Kehl. Frau Hürden! Frau Hürden correspond. их� horror. Frau Hürden.